hallo ihr lieben ich grüße euch zu einer neuen folge galli mit dem bernie hallo bin ich ja hier bernie ist der blumengruppe beigetreten ihr dürft natürlich gerne modevorschläge für den bernie mal reinschicken ich halte jetzt den mund so ihr lieben ja wir haben letztes mal hier unsere wilden experimente gemacht mal eben kurz ein status update generell grad zu base ich habe keinen bock mehr auf poluten gehabt deswegen habe ich zugesehen dass wir hier mal überall das poluten rausgefiltert haben also im heißgas tank und auch im abfall tank haben wir jetzt kein poluten mehr drin hier ist alles sauber und die ganze geschichte mit dem kaltgas wird auf dauer auch nicht mehr mit poluten betrieben da werde ich auch noch mal irgendwie schauen dass wir hier stickstoff oder was hinkriegen irgendwas wird mir nicht auf den sack geht weil poluten nervt nur noch hat also wir sehen ganzen abend schon am zocken und wollten eigentlich aufnehmen und ja irgendwie ist immer was dazwischen gekommen und irgendwie war es eigentlich immer poluten ja also ich habe gar keinen bock mehr auf das scheißzeug und geht mir nur auf den keks ja für euch mal kleines update wir haben so viel poluten gehabt dass wir einen zweiten tank gebraucht haben weil ja da ist hat sich oben in der schmelze ein rohr verabschiedet und dann war der tank auch nicht mehr so voll ansonsten was hat sich noch getan bernie hat mal für ein bisschen mehr puffer gesorgt beim wasserstoff ein bisschen mehr genau sind wir bei 8 mpa hier in mit den drei tanks und der einfach nur damit wir jetzt nicht mehr alle halbe stunde nachgucken müssen ob der tank voll wird weil ja da kommt einiges nach sagen wir es mal so aktuell ist der abfall tank vom wasser ist getrennt also da werden wir aktuell also hier sind noch 34 mpa drauf die sind sind wir gerade nicht mehr am abpumpen in den mischtank weil wir den hier einfach mal irgendwie leer kriegen müssen und das sieht auch nicht aus nur noch o2 stickstoff und co2 drin bei 57,4 graden das sind heute das ziel wir wollen heute die kühlung abschließen und ja dann wäre gleich noch ein bisschen was zu erzählen was wir denn da jetzt so vorhaben und danach geht es dann endlich 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 in die gastanks ordentliche sortierung ordentliche gastanks alles mal in schick und vernünftig bauen und dann kommt das ganze kuddelmuddel da hinten weg und vor allen dingen mehr platz für die ganzen gase die wir aktuell haben weil das greenhouse drückt ganz ordentlich ja wir haben beim letzten mal hier rum experimentiert für euch mal zur einordnung heute ist glaube ich diese folge tatsächlich online gegangen dementsprechend ja keine kommentare oder so von euch gelesen also alles was da kommt wissen wir nicht und ja die das was wir aus letztem mal als erkenntnis hatten war halt ja der der hier schafft halt auch das was was wir wollen allerdings mit den ganzen pumpen und den ganzen kram drumherum nicht nötig und wir haben beim letzten mal die gleichen ergebnisse auch mit den direkten wärmetauschern erzielt und deswegen werden wir da heute mit den direkten wärmetauschern arbeiten mal eine sache die mir beim letzten mal nicht so bewusst war beziehungsweise mir nicht bewusst war burning schon beziehungsweise was ich ja was für mich nicht klar war dass die wärmetauscher wohl auch quasi immer 100 prozent erreichen können je nach setup ich habe gedacht da gibt es vielleicht irgendwo ein limit oder so aber anscheinend wohl nicht was die tauschen können für euch mal zur erklärung was die wärmetauscher schaffen können ist ja maximal das was da hinten an kühlung passiert also wir haben hier ein eingespieltes setup also das lief jetzt halt eine ganze zeit lang und das maximale was wir tauschen können an energie ist halt das was wir aktuell über die radiatoren natürlich dann hier tauschen wir haben ja aktuell wie viel bernie auf dem ersten 2 kilo juli hat 2,1 aber lasst die stelle weg ja zeig mal 0,9 mal 6 dann sind wir bei 12 pi mal daumen und auch hier sind bei 12 kilo juli also der kann nicht mehr leisten als die leisten können einem eingespielten setup nicht wenn man anfährt oder so dann kann natürlich alles voneinander abweichen so das heißt ja ja wenn der wärmetauscher das zu 100 prozent schaffen kann wenn das vom spiel auch so vorgesehen ist dann ja und das ist anscheinend bei anderen spielen ist es halt anders und ich bin da jetzt einfach nicht von ausgegangen aber gut ist ja auch wurscht ist für uns auf jeden fall eine ganz nette geschichte weil dann werden wir wahrscheinlich auch mit einem direkten wärmetauscher hinkommen im großen ganzen heißt das jetzt für uns wir werden das jetzt hier umbauen wir werden gleichzeitig noch die menge erhöhen an der stelle nochmal dankeschön für die kommentare zum ersten video wo die radiatoren aufgebaut haben ja stickstoff ist ein ja ist ein schlechter wärmeleiter das stimmt aber stickstoff hat halt die schöne ja diese schöne angewohnheit einfach nicht flüssig zu werden oder nicht einzufrieren weil man dafür enorm kalt werden muss und weil ich da keine lust mehr drauf habe dass irgendwo was kaputt geht oder ich irgendwas anpassen muss deswegen nehmen wir stickstoff und werden einfach mal das dann ausgleichen mit einer massiven menge also wir werden einfach hier noch einen tank rein stellen und werden hier einfach eine große große menge an stickstoff reinpusten damit wir da auf jeden fall einiges an masse haben das ziel soll ja auch sein dass wir nicht kontinuierlich kühlen müssen sondern dass es da irgendwo leerzeiten gibt wo der stickstoff sich auch weiter runter kühlen kann und das ist dann halt ganz nett wenn wir eine große masse haben die wir runter kühlen können die dann halt schon quasi kälte vorgepuffert haben wenn dann wieder mehr zu kühlen ansteht also aktuell unsere größten ja unsere größten energie reinbringer sind halt gerade die die gase von den von der biomasse also die die zentrifugen und auch der gfg sind ja quasi durchgehend am laufen das ist ja ein kontinuierlicher prozess und den müssen wir auf jeden fall abfangen können ja genau und deswegen werden wir heute auch die radiatoren noch mal etwas erweitern weil ja wir haben jetzt hier halt 2,2 kilojoule ich meine wir sind da runter auf haben wir hier 60 grad mittlerweile aber mir ist halt einfach auch alles zu langsam gegangen deswegen werden wir die menge auf das dreifache erhöhen also werden dann auf 18 18 radiatoren aufstocken oder mal gucken ob das für uns schnell genug ist oder nicht wenn wir sehen gut heißt wir fangen mal an hier alles raus zu ruppen und dann werden wir es hier schick machen ja da fällt mir ein wir brauchen auf jeden fall noch einen tank den haben wir jetzt nicht vorgebaut ne und dann geht ja ganz schnell da haben wir noch irgendwo eine so wir verdoppeln gleichzeitig die vakuumkühler oder radiatoren entschuldigung und die atmosphären radiatoren oder ne die vakuum radiatoren würde ich aktuell nicht weiter aufpumpen also es liegt dran es liegt dran wie wie viel gas kommt wirklich rein was wirklich heiß ist und ich glaube das ist übersichtlich aber werden wir sehen ich kann es nicht vorhersagen und wenn dann machen wir die vakuum radiatoren halt auch nochmal größer wieder dann ist das halt so ja ja wegen den frames die ich jetzt hier gerade gesetzt habe dass wir jetzt hier noch ein paar radiatoren setzen können weil die haben sowieso also die haben sowieso gefühlt so eine enorme kühlleistung wenn die in vakuum stehen und es ist wirklich heiß dann haben die eigentlich immer das auch recht zügig geschafft ja ja ich weiß dass das was momentan immer aufhält ist halt wirklich so die letzten grad zum unterfiltern gut du hast die radiatoren am mann vielleicht gibt es mir schon mal welche ne die sind die sind vorne am am regal ok ja dann ich zeichne mal an wenn ich es richtig verstanden habe kann man das ja dann komplett anschließen ja ähm ein weiterer punkt ist noch warum ich gerne stickstoff nehmen möchte wir werden ja irgendwann hier halt anfangen was heißt anfangen also massiv dahingehend den äh mond hier zu terraform und ähm ja vorgesehen ist halt wirklich erstmal zu gucken dass man halt das pollutent hier raus bekommt und mit dem pollutent soll laut dem mod halt auch ähm die temperatur dann halt sinken wenn wir es rausnehmen also pollutent ist halt ein treibhausgas und heizt den planeten auf beziehungsweise den mond und ähm nehmen wir das pollutent raus wird es kalt hier und je nachdem wie kalt es werden kann ähm ist das für das kühlgas halt problematisch ja und äh da haben wir mit stickstoff auf jeden fall sehr lange keine probleme ich glaube wenn wir so weit runter kommen haben wir andere probleme so dass mal um das mal vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen warum also ich da einfach aktuell keine lust mehr drauf mir den kopf zu machen zu müssen was passiert denn in den nächsten fünf minuten weil da wieder irgendein gas drin ist was wieder viel zu schnell gefrieren kann oder verflüssigt wird dann baller ich da halt eine enorme menge rein das ist mir dann wurscht so ähm die ganzen kabel werde ich jetzt auch nochmal EMT zurückbauen dann bauen wir das ganze nämlich jetzt mal irgendwie in schick hier auch hin nach Möglichkeit mal gucken ob wir schon mal leicht automatisieren können ich habe da eigentlich eine spezielle automatisierung im kopf ähm aber die werde ich wahrscheinlich nicht mit logik baustein abbilden können zumindest nicht so einfach und deswegen wird es dann erstmal nur eine Billow Automatisierung geben ja mal gucken die Automatisierung für die Kühlung sowohl der Kühlung als auch der Kühlung wird sowieso dann wenn wir es dann hier umgestellt haben mit einem ordentlichen Gas ähm Filtration und Lagerung wird das sowieso nochmal angepasst so also langsam kommen wir dann mal an den Punkt wo wir dann auch sagen können das kann so stehen bleiben zumindest hier und da wenn uns Kali nicht wieder dazwischenfunk weil er sich wehrt ist heute auf jeden Fall eine kleine Zickel gewesen ja obwohl es war nicht mal wirklich Kali der heute Probleme gemacht hat also heute war er wirklich pollutend pollutend hat geärgert ohne Ende so die kommen wir auf weg brauchen wir auch nicht mehr ich warte jetzt mal mit dem weiteren Ausbau du willst da bitte gleich mal einen Blick drauf achso hast du die gesetzt ja okay ich hätte jetzt gesagt pro frame dann können wir das auch machen wenn du das so möchtest aber dann schweben die zwischen den Frames so passen die nahtlos aufeinander und stehen aufeinander ja dann brauchen wir auch keine Rahmen mehr ja dann ist das okay dann würde ich die Rahmen tatsächlich wieder weg machen jetzt ist halt die Frage ich habe die genauso gesetzt wie die untere Reihe also die Eingangsseite die Ausgangsseite ja ist okay dann verrore ich die ja ich würde einfach nur mal etagenweise verroren und dann keine Ahnung hinten oder vorne irgendwo dann mal oben gehen ne wieso was quatsch geh doch einfach gleich hoch jeweils wieso kannst du besser von links nach rechts verroren als jede Reihe wieder einzeln hm wieso ist das besser dann krieg doch mehr Rohre warum okay warte mal vielleicht bin ich jetzt auch hab ich gerade auch einen Denkfehler aber äh ich lasse das Rohr hier nochmal weg wegen Befüllung ja so brauche ich äh 1, 2, 3 Rohre wenn ich zwischen denen durchlaufe brauche ich glaube ich viel ja dann mach so ja ne 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 bitte wenn du sagst das ist kacke so dann lasse ich das dann mach mal die Reihenweise mir ist wurscht ist eigentlich egal eigentlich ist egal mach mal ähm ähm so das ist die Mischleitung die Atmosphäre ich lasse ich hier mal stehen es ist manchmal nicht so doof hier eine zu haben äh braucht man immer nur ein bisschen umbasteln dann kann man auch mal ein bisschen was regeln ähm den Wärmetauscher haben wir da ein ein Wärmetauscher soo jetzt mal im Kicken äh würde den sogar tatsächlich einfach da ist die Leitung hier ist eine Leitung so hinsetzen das war gleich noch ein Ventil zwischenballern und die habe ich natürlich jetzt nicht da aber ich brauche noch einen Tank von daher fliegen wir mal ein 3 und holen die Sachen mhm 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 wo ich mich tatsächlich an, an gase rein bringt dann ist es echt unglaublich also gerade der Wasser, der Wasserstoff das da habe ich nicht gerechnet, dass er so schnell so voll wird also für mich wirklich ein Überraschung gewesen ähm auf dem Marsprojekt hatte ich das ja auch geplant aber ich habe es tatsächlich ja gar nicht mehr so weit gebohrt gehabt ähm von daher war ich dann doch sehr überrascht so ein gas tank isoliert ist kein stahl mehr drin wir haben aber noch stahl ja so dann brauchen noch ein digitales ventil an meinem schrank so volumen pumpe turbo pumpe die lasse ich noch mal an mann aber der gegen strom kühler kann weg wildes gerät aber wir haben so am laufen gekriegt so gastank haben war noch was nö ich glaube nicht so sagt ist euch schon aufgefallen ich habe einfach einen neuen anzug der bernie musste vorhin mal in zum greenhaus fliegen weil ich hatte switchgras nachgepflanzt gehabt bin dann durch die harvies gegangen geguckt ob die pflanzen soweit jetzt alle fertig sind und dann hat es batz gemacht also so ganz random mich dadurch gelaufen und habe einigen die fresse gekriegt und dann laufe ich zwei schritte weiter und krieg noch mal eine in die fresse ja und dann waren wir der der rucksack irgendwie durch so ganz so ja der anzug das willst du einen schraubenschlüssel und so normale hoher mann ach so ja die stehen im schrank von wahrscheinlich weil genau die besuchen normale rohe selbst eine weise das finde ich könnten sie auch mal abschaffen das spielt auch keine rolle ob ich jetzt normales rohr oder isolierter einfach der einfache aber nur hier sind keine hast du die wirklich nicht mehr in den rucksack ich wollte sagen wir müssen da sein nicht da wo ich sie vermutet habe war auf jeden fall eine spannende suche heute also wir haben ja nur gesehen gehabt dass dann irgendwann so die flammen immer hinter der hinter der schmelze dann aufgetaucht sind und wir haben ewigkeiten nach dem problem gesucht und da oben fehlte dann einfach eine wand weil der schmelzraum geplatzt ist weil da halt das poluten daraus geknallt ist hat ein bisschen gedauert bis wir es gefunden haben wirklich wir haben heute zwei zweieinhalb stunden glaube ich hier nur klamotten gemacht die gar nicht vorgesehen waren neuerwehr gespielt ja genau ja ok steht er da so richtig warum steht er nicht hier da wollte ich jetzt im tank hinsetzen ok dann gedacht jetzt einfach schick da vor und fertig nur nicht so rum jetzt warum wollte ich es nicht tun noch mal wieder bauen tank zu drehen ist auch immer wild so jetzt brauchen wir da die rohre weg weißt du wo der stickstoff tank ist bernie ja hier haben wir gerade raus also wir brauchen eine leitung von hier bis zu den kühlern und die hier also von uns vom stickstoff tank aus brauchen wir eine leitung bis zum kühler bis zu den kühlen ich gucke ich mache immer jetzt dran was sie noch nicht verbunden gehabt absichtlich nicht weil wusste nicht ob die anordnungen so ist und ob die befüllung dann so ist okay also hier kann ich ja es ist ja nur temporär zum überfüllen zum jahr darüber ist nur der jahre ganz so einfach mega mega spagetti bom ich kann die auf dem boden bauen so wie es sich ansieht da brauche ich nichts aufreißen und nicht bohren und hast nicht gesehen wenn die schwarze farbe gleich stickstoff ist dann bin ich hier richtig ja klar haben wir ja so gemacht haben wir so gemacht ja ich vertue mich da immer ja du hast die unifilter farben schwarzes co2 ja das mag sein dass das hier abweicht vom internationalen farbgebung schema aber das liegt einfach daran dass eben stationiers sich nicht daran hält an das internationale schema viele spiele haben darüber gemeckert egal ich richte mich ganz simpel und schlicht einfach nach der farbe der filter die filter haben hier ein label und da ist eben stickstoff auf schwarzem grund also ist stickstoff schwarz co2 ist auf grauem grund also grau so ich versuche bewusst hier wenig rohre dran zu machen an den wärmetauscher weil wenn das ventil schaltet soll natürlich nicht noch 80 millionen mega pascal an stickstoff in den oder er ist aber kilo mole an stickstoff in den rohren seien die dann noch nach kühlen das soll schon relativ direkt quasi wirken auch legen ob ich sogar noch eins rausnehmen dann kriegt es auch gleich wieder so zu hören konikurve als mega du weißt doch was konikurve sind so ich verbinde das noch nicht du guckst du das erstmal an das ist der meister abnehmen ich bin nur ich schiebe nur die karte ja 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 don't panic das ist jetzt einfach eins zu eins schon verbunden nein das ist noch gar nichts verbunden eben drum damit du nachguckst da auf wir brauchen noch keine ahnung 5 mpa oder so brauchen wir noch auf dem tank hinten moment du sagst mir die rohrleitung hier checken warum habe ich jetzt hier zwei turbo punkten weiß ich nicht weil wir da rein pumpen ja hast du die rohrleitung gecheckt da gibt es zu checken geht von stickstoff wenn ich denn durch verbinde das passt mal eben aus der schwebe noch mal passt ja weil es gesehen wenn es knallt dann war ich halt sehr logisch wie kann man da nicht falsch machen sagst du sag ich so einfach hier ist wo die pumpe sitzt ist doch wurscht nur der druck ist doch immer alles auf derselben rohrleitung immer derselbe egal wo ich rein drücken dann kann man das und drehen wir die pumpe einfach um und sorgen das rolle deswegen wäre es eigentlich sinnig wenn eine pumpe nah am tank ist ja genau da willst du mich jetzt hinstellen direkt an den tank deswegen war meine frage aber hier knallt schon irgendwas das knallt jetzt hier das kann ich nicht sagen was du da gebaut hast ich habe gar nichts aber ja ich das war ja das was ich sage hauptsache bei mir knallt dann hier bei mir sieht man immer wenn es knallt ja bei mir nicht aber die steht standardmäßig auf 50 liter ist so ein bisschen ich direkt mit 50 liter drauf ballern oder sogar mehr macht bisher tanken noch fünf mpa hat und fertig okay wird dann lass mich gucken muss haben wir denn 31 mpa okay so dann verbinde ich hinten unsere unsere radiator habe ich schon hast du nicht nicht ach so da da fehlt noch ein zurück ja das habe ich weggelassen damit ich einfach dann okay kriege damit das so richtig ist so jetzt sollte alle radiator gefüllt werden da muss man im moment warten bis der druck sich ausgeglichen hat oder wir sollten warten müssen müssen wir gar nichts aber wir sollten warten warum ja damit der druck damit die alle geflutet werden weil es geht ja nach der reihe und die haben ja irgendwie den inneren widerstand warum auch immer sehr wurscht wir haben genug platz wir können das eigentlich schon rein pumpen ja dann dann mache ich die pumpe an da ist ja direkt da ist ja direkten hinten der andere tank dran also das ist kein problem was laufen okay ich war feuer feuer frei feuer frei mit 50 litern und weg so ich behalte mit dem druck im auge aber gut alles noch in der toleranz 37 mpa gasa mittlerweile drauf auf den mischland tank leitung da dauert fünf jahre bis wieder weg haben das schöne ist dass er jetzt schon kalt ist ja also wir haben wir fühlen es halt mit aus dem vorrats tank mit 25 grad gehen wir halt an auf diese kühle und das sollte jetzt deutlich sinken ja gut so deutlich auf die radiatoren nicht kühle entschuldigt abfall war nur 12 mega pascal auf der ruhrleitung und auch in unserem puffertank bei knapp 18 grad ja wir werden ja auf dauer genug stickstoff noch zusammen bekommen gegebenenfalls pumpen wir das noch weiter auf müssen halt ein bisschen darauf achten weil wir müssen ja auch noch bedenken dass der stickstoff sich auch noch aufheizt also dementsprechend der druck im rohrnetz auch noch höher werden kann das reicht erstmal jetzt hier 6,7 mega pascal haben wir noch so gut dann würde ich sagen feuer frei bernie machen wir das ventil an wie man das ventil an dann erst ob erstmal hinten noch trennen trennen wir wieder ab ich würde die leitung vielleicht gerade einfach mal liegen lassen also es ist sowieso chaos mehr kann es auch nicht werden so was baut der bernie da jetzt wieder um naja die koni kobe nein jetzt lässt du das verstehen ich habe da nichts gemacht da bestehe ich jetzt drauf dass das da stehen bleibt so so wie gesagt ich wollte extra nur ein rohr stück da haben ja so es ist ein digitalventil es ist keine pumpe ich weiß aber je mehr rohre da dran sind desto mehr kühlleistung bleibt er im kühler zurück und kühlt dann noch nach das ist bei 35 mpa ist dann wurscht aber nicht wenn dann nachher nur noch 500 kilo pascal sind dann haben wir unter umständen nämlich saukaltes mischgas hier ich kann dir gerade nicht folgen aber gut okay ich muss mir sowieso rein ich muss trinken und essen okay dann erkläre ich nochmal eben was ich damit meinte also je mehr rohre wir hier an dem an dem wärmetauscher haben und das ventil dahinter ist desto mehr kühlleistung bleibt nachher auch zurück wenn das ventil ausgeschaltet wird wenn es nicht mehr kühlen soll so und das kühlt dann natürlich noch nach ja aber 10 liter oder 20 liter ist ja nicht egal da sind ja jetzt keine welten dazwischen das ist doppelt so doppelt so viel halt ja gut dann ja 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 wir werden sehen dann ist das keine konikohle dann ist das eine beabsichtigte kurve ja eine notwendige nicht beabsichtig ist falsch formuliert eine notwendige kurve das ist auch schon wieder spannend hier es tingelt die ganze zeit zwischen 10,3 und 31 grad stehen muss ich da nicht und hinten sieht es gerade so aus als wenn wir es sieht gerade so aus als wenn wir hier so viel kühlleistung haben dass der stickstoff trotzdem weiter runter kühlt 77,2 ist auch noch alles verbunden hier ne 7,1 gerade was schauen der läuft auch so dann gucken wir mal also wir haben jetzt hier eine kühlleistung von 2,08 2,15 2,19 schau mal so wir sagen jetzt mal 2,2 das heißt wir haben 18 18 18 hatten wir ne mhm 36 kW müssen sein so das heißt wir könnten jetzt 39,6 kJ maximum tauschen da da kommen wir aber gerade noch nicht dran da ist jetzt die frage woran liegt das irgendwie besorgt mich so ein bisschen dieses ventil hier drin je nach meinem draus habe ich jetzt gerade gesagt bei wieviel kilo war ich 39 ich weiß nicht gar nicht ganz genau ja den wert mit dem ach Gott gut seit dem gedächtnis hat leidet auch wieder du hast irgendwie 2,1 pro pro radiator gesagt über den daumen gerundet und wir haben 18 ne den 36 37 oder sowas den wert hatte ich gerade das war gerade der wert der mich interessiert hatte mit dem ventil dran aber der ändert sich nicht 27,3 ok ja spannend ähm hatten wir noch den zweiten wärmetauscher den tun wir aber warum warte mal rechnerisch müssten wir habe ich doch gerade gesagt ne 18 mal 2,1 39,2 ja soweit auf jeden fall über 36 sein und wieviel hast du wir haben am wärmetauscher 27,3 das ist schon mal seltsam ja eben das ist seltsam ne du müsstest eigentlich beide draußen im schrank haben beide wärmetauscher die wir gebaut hatten direkte wärmetauscher groß der müsste noch im regal draußen sein hier in der base ist er nicht aber das ist irgendwie kein sinn oder ist es doch so wie ich erwartet hatte dass sie ein limit haben ne kann ich dir nicht bestätigen ich wäre mit einem von diesen kühlern weit über 100 kilojoule kühlleistung ja gut das sagt aber noch nicht darüber aus ob du auch 100% effizienz da rausholst also kann ja sein dass der irgendwann abgeriegelt ist keine ahnung also ich habe gerade zumindest keine erklärung ne ich auch nicht aber wenn der abriegeln würde würde ich ja nicht über 100 kommen also wenn der bei 25 abregelt was du jetzt denkst also ne ich meine jetzt nicht ich meine jetzt nicht gesamtleistung sondern ob der halt irgendwie ab einem gewissen wert nicht mehr 100% austauschen kann sowas in der art keine ahnung ich werde sehen entweder kommen wir jetzt mit 2 auf den wert oder halt nicht hab ich noch ich bin kurz AFK so jetzt kriegen wir sogar noch mehr raus 25,5 mein gut das ist ja auch noch vielleicht noch nicht ganz eingespielt ah jetzt aber jetzt steigt wenigstens die temperatur das würde für mich schon mal dafür sprechen dass wir dass der wärmetauscher eben nicht ausgereicht hat ich bin gespannt was der Bernie da gleich zusagt ja ja was ein bisschen blöd ist oder hätte ich die jetzt auch übereinander bauen können wahrscheinlich ah das könnte ich nochmal ausprobieren das sieht vielleicht ein bisschen schicker aus als das was ich jetzt gemacht habe ne titte haben wir hier noch ein estaft Eisenrahl geht natürlich auch aber naja zum eben hin bauen geht das ja auch so bauen wir den wieder ab ich habe eine spannende entdeckung gemacht ich habe spannende gedanken gerade gehabt ja bitte zuerst die direkten wärmentauscher kann ich aber nicht so übereinander stapeln wie die radiatoren da fehlt ein frame aber dann geht das auch ja ja wenn ein frame drüber setzt dann kannst du den nächsten auch draufsetzen ja aber dann ist das nicht so obwohl er das ist ein spalt zwischen und schweben hier ist er ist nicht akzeptabel dann kommt der richtige rahmen drum also was habe ich für eine entdeckung gemacht also vorher mit einem wärmetauscher ist unser stickstoff hatte ich noch gesagt gehabt ist trotzdem weiter runtergekühlt noch auch wenn das ventil dazu war auf ja auch wenn es auf war ist das ist der stickstoff trotzdem weiter runtergekühlt mit dem wärmetauscher was für mich schon mal was das doch richtig wenn das ventil offen ist also spricht die ganzen radiatoren zum wärmetauscher hin abkühlen dann ist doch richtig dass er weiter kühlt ja aber nicht dass der stickstoff dann sinkt wenn er gegen 70 grad tauscht das gab was wir kühlen wollen 70 grad der stickstoff hat 7 grad ja in welche richtung sollte sich der stickstoff wohl bewegen genau ist aber nicht so was für mich schon mal irgendwie dafür spricht dass die kühlleistung oder der austausch von einem wärmetauscher nicht reicht so das würde auch das würde auch dafür sprechen was wir gerade an kilojoules da drauf stehen hatten so jetzt habe ich gerade einen zweiten dran gebaut und hätte das jetzt auch noch mal im tier nochmal gucken und nicht dass ich hier blödsinn erzähle aber du kannst du bist überhaupt ich komme gleich wieder einen stickstoff tank auf aber also mein jetpack das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger weil wir nicht mehr so viel druck drauf haben also aktuell sinkt der stickstoff von der temperatur 6,2 6,19 mit einem wärmetauscher also angeschlossener der tauscht gerade schon mit einem wärmetauscher die temperatur ok der stickstoff sinkt trotzdem ja weil unsere kühler so stark sind dass sie das bisschen hitze immer einfach weg stecken ja genau das wie gesagt für mich heißt es eigentlich dass der wärmetauscher nicht genug tauscht so jetzt mache ich einen zweiten daran das heißt für mich dass unser eingangs gas mit 70 grad einfach viel zu kühl ist für diese monster kühlung die wir gerade gebaut haben auch mit dem zweiten wärmetauscher steigt die temperatur vom stickstoff das heißt die haben doch irgendwo eine limitierung also das ist für mich die logische schlussfolgerung wenn ich jetzt mal gucke auf die kilojoules gut das kann man jetzt sowieso nicht zählen dafür müsse das kühl gas und das gas was gekühlt werden soll müsste sich ja schon mal ausgleichen dann könnte man sehen ob die kilojoules dann auch dementsprechend sich angleichen zwischen den radiatoren und den wärmetauschern wir sind im übrigen gerade bei 45 kilojoule die wir gerade tauschen in summe also fast verdoppelt ein was natürlich jetzt auch nicht so ganz aussagekräftig ist weil der stickstoff sich natürlich noch nicht angeglichen hat da ist ja wenn du hier auf den tank guckst temperatur steigt jetzt auch wenn du da im kühler jetzt ein rohr aus nimmst dann fällt sie wieder also haben die ja doch irgendwie eine limitierung da drin wird nichtsdestotrotz mit zwei kühlern passiert es genau das was eigentlich auch logisch ist oder was was ich erwartet hätte dass die temperatur jetzt natürlich steigt und dann gleiche sich immer mit dem stickstoff aus und dann ist halt interessant welche werte wir noch beim wärmetauschen dann raus bekommen dann müsste es eigentlich im besten falle dementsprechend was wir hier in summe bei den radiatoren haben so und das gas natürlich aber jetzt auch nicht wer weiß wie schnell aber muss auch nicht vergessen sind 35 mpa druck drauf auf den tank und es ist keine kleine rohrleitung ja ja 2000 liter fast kann so was ich jetzt noch gerne also ich glaube wir können sowieso gerade nur warten und mehr können wir hier nicht tun aber ich habe gedacht wir könnten wenigstens mal vielleicht gucken ob wir das beschleunigen mit der filtration hast du die turbo pumpen noch eine ja und die zweite ist ja hinten am natogen wenn du da jetzt nicht mehr volumen rein pumpen willst dann kann man die natürlich abbauen ich führe das rohr tatsächlich sogar da stehen lassen ich würde es einmal leer pumpen und dann da einfach drin lassen also getrennt hast du ja getrennt hast du schon ja ja genau es geht jetzt runter du saugst ab nämlich an wir brauchen ja auch ein jetpack gas vor allem du fliegst ja nur die gewichtigen hast ja keine füße mehr da ist nicht so ein kopf machen da sind auch 17 kilo mol stickstoff im gast mit stank also fast das deutsche ja im mischtank also wir pumpen den wieder auf 15 mpa gerade auf wenn die filtration anspringt darum geht es ich möchte jetzt eigentlich gerne auch mal schauen dass wir vielleicht irgendwie noch hier was dazwischen frickeln damit co2 und stickstoff ein bisschen sinnvoller laufen na guck mal was kann ich tun wo wir müssen halt hier irgendwo noch pumpen dazwischen bauen bei co2 und auch bei stickstoff das ist schwierig ja das stimme ich dir zu also da an der stelle war es einfach da hättest du ja da kannst du eine pumpe reinsetzen da sind es halt dann zwei rohre gut aber wir können ja eine turbo pumpe nehmen auf 20 einstellen ja bevor ich habe noch eine an hier können wir eine volumenpumpe nehmen ja auch so wobei dieses also dass der super entscheidende wichtige faktor ist eben eingangsseite und auspuffseite dass der dass die filteranlage natürlich auch profitiert damit sie nicht so gegen den hohen druck im tank im zieltank ankämpfen muss das steht außer frage das heißt also hier kann gerne eine turbo pumpe hin auf 20 liter eingestellt dann würde die die zwei rohre locker leer ziehen die nach der filtration richtung tank pressen ja da könnte da auch eine hin die ebenfalls auf 20 liter gestellt ist ich habe nur die einnahmen mann ja ist das stickstoff rohr leer dann können wir die nämlich abbauen ich glaube ja dass wir gucken ja ja ich weiß das sind die optimal aber ich meine das sind 35 mpa drauf auf der leitung also die drücken vorne schon ordentlich das heißt die richtung drehen wir jetzt gleich um mit dem schalter aber verkabeln können wir die super easy hier richtung umstellen auch nur 20 liter weil ja nur zwei rohre da sind diese leersaugen soll kabel dran fertig ja da ist ein kabel dran da auch der so macht da passt da müssen kamen dann da sind kamen dann die stehen auf fünf ich stelle immer hoch auf 10 die auspuffrohr leiten die können jetzt also das leer ziehen das eine rohr achtet wenn wir einfach manuell machen damit der mischtank mal leerer wird langsam blätter sich ja echt ein bisschen zu viel auf und vor allen dingen wir haben ja auch noch also wir haben ja auch noch tanks wo noch einiges drin steht also der mir auch noch mal 35 mpa mein gut das sind bei 1000 grad das ist noch mal ein unterschied und hinten hatte ich den abfalltank auch schon auf 40 mpa eingestellt der wurde es schon mittlerweile wieder am ausdrücken er stand früher sonst auf 30 mpa die extra hoch gestellt damit der mischtank gerade mal nicht hoch gezogen wird stelle ich jetzt auf 50 machen wir da erstmal ruhe dass wir wenigstens schon mal die große masse aus dem mischtank wegkriegen so konnte auch mal erst mal nichts mehr 57,7 grad celsius alles ok also es trüppelt jetzt halt naja es sind halt wie es seit enorme masse was da auf der leitung ist was sagt denn unser stickstoff jetzt kein besser da viel zu gerad gleicht sich auf jeden fall jetzt langsam an jetzt so sehr spannend jetzt bleibt es bei 14 grad stehen wird dann noch mehr übertragen können 32 kilojoule über tauschen wir gerade anwärme energie ja die beiden zusammengerechnet ich frage mich aber gerade noch mehr machen können weil der stickstoff steigt schon wieder nicht mehr von temperatur und ist schon wieder am fallen und der hier noch zwei kilojoule zurück mal 1 2 2 also im schnitt sind zwei kilojoule die diese radiatoren hier jeweils bringen nach hinten hin wird es halt weniger und blabla also wenn wir hier in das ist 40 kilojoule sein wenn wir genau wenn wir hier 18 6 jahre genau über den daumen ja soweit 38 kilojoule verstehe ich aber auch nicht also wir müssten ja wenn wir jetzt die beiden zusammenrechnen an der stopp haben wir jetzt gesagt 40 mal daumen wenn man darum ja da kommen wir immer noch nicht dran ja kommen wir immer noch nicht dran es könnte also sein dass wir sogar noch einen wenn ich sogar noch einer dran knallen müssten lässt sich ausprobieren das lässt sich ausprobieren das lässt sich auf jeden fall ausprobieren dann kommen wir das so dass wir nicht die anzeige verdecken dann machen wir das ja dann war es um dann machen wir das jetzt noch mal eben auch wenn es gerade aufs ende zugeht und wir schon ziemlich spät haben deswegen können wir heute nicht so ewig überziehen aber das will ich jetzt gerade wo mal wissen was passiert wenn wir dann noch ein wärmetauscher dranhängen ob wir dann auf das maximum auch tatsächlich dran kommen ne direkter wärmetauscher ne direkter wärmetauscher large direct heat exchanger gib mir so hab ich noch rohre habe ich hast du noch stahlbleche ja hast du auch noch stahlrahmen ja zehn stück kannst du den unten schon mal raus nehmen das ist nämlich ein eisenrahmen ich hatte nix mehr okay so probieren wir mal was passiert mit einem stop wenn ich gerade hier bin mal eben die flaschen öffnen nicht gerade da hab ich denn jetzt abgelassen hier hä sauerstoff ne stückstund sauerstoff ist voll ich habe auf öffnen gedrückt ich habe auch das geräusch gehört aber er ist immer noch voll hä was zur hölle erst weg er macht den nicht leer die ganze zeit hier mehr gase rein wenigstens es ist wenigstens ein schöner bug ne leider nicht ich krieg meine waste flasche nicht mehr leer abfalltank kritisch jetzt ich musste sie dafür in die hand nehmen hä was zur hölle das spiel ist so broken ey nur so eine rotze heute ey ja der kalibiert sich an mehreren stellen hängt die automatisierung so 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 überflüssig ich habe nur einen ja schon noch mal stahlblech für mich ach so ja klar habe ich so 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 was kriegen wir jetzt 15 1 4 zu 6 15 6 also 45 die mal daumen 45 und wo sind aktuell bei irgendwas mit 40 2,2 2,3 ja im schnitt 2 mal 18 36 sagen wir eben 38 40 maximum gerundet aber die temperatur steigt mittlerweile wieder aber ja das scheint dann doch wohl einen unterschied zu machen ne also die die das was wir jetzt tauschen ist mehr geworden an kilojoule mit dem dritten wobei ich sagen würde es ist noch nicht am ende ne es ist halt die frage ob man auf 100 prozent auch kommt ne ob das jetzt ein vierter wirklich noch was bringt ja aber um einen hin sehen wir es und ich meine wenn er nichts bringt dann immer eben puffer ist egal ja hätte ich mein direkt zwei gebaut sein ist aber spannend das steht ja auch nichts am gerät so drin daran was da irgendwie erzählen würde was das dann eine limitierung bei ist oder es ist irgendwie eine ganz komische mechanik die wir nicht verstehen ja das sowieso da steht nichts bei ich meine aufs echte leben betrachtet macht es natürlich sinn also je mehr je mehr oberfläche wärmetauscher ist ja so aufgebaut das halt viel oberfläche gegen oberfläche läuft je mehr oberfläche du hast desto mehr kannst du halt auch tauschen ne also je pimpeliger der wärmetauscher desto weniger leistung hat er auch so so was kriegen wir jetzt für 13 13 12 13 na komm viermal 13 15 15 15 15 das dürfte dann also jetzt so ungefähr das ende sein ja also wenn doch unsere stickstoffkühlung doch sowieso nur 38 bis 40 schafft wieso haben wir denn jetzt 53 ja stopp du musst jetzt bedenken dass das gas sich noch nicht ausgeglichen hat ne wir haben jetzt halt einen riesen kühlpuffer weil das stickstoff so kalt ist ja der tatsächliche wert den hast du ja dann erst dann wenn ein gase sich ausgeglichen haben welche von welchen beiden gasen redest du jetzt vom stickstoff und von dem von dem gas was wir kühlen wollen von dem mischgas wenn die sich ausgeglichen hätten hätten wir gar keine kühlleistung mehr auf den auf den radiatoren stopp wir haben jetzt gerade deutlich mehr kühlleistung weil der stickstoff halt saukalt ist aber der steigt ja jetzt ja ok saukalt ist relativ mit zwölf grad plus ne ok im gegensatz zu 1 40 ja ja so und die werden sich jetzt die welche jetzt irgendwo ausgleichen ja genau genau und an dem wert ist es dann spannend zu sehen schaffen wir also kriegen wir etwa die 100 prozent dann getauscht äh was meinst du jetzt mit 100 prozent also soweit ist alles klar also lass mal hier diese riesenmasse 33 mpa mit 41 grad gegen diese leicht kleinere masse von stickstoff lass die mal gegeneinander ankämpfen lass sie also mal sich ausgleichen so irgendwann kommen wir sag ich mal auf 30 grad auf der eingangsseite und dann hat stickstoff auch 30 grad ist jetzt einfach nur mein bauchgefühl weil die eingangsseite mit 33 megapascal drückt ja unglaublich darauf auf unsere gegen über unsere ja wir haben trotzdem ja wir haben 15 mpa ok also 2 zu 1 das verhältnis 2 zu 1 von heißem gas zum kühlen gas vom druck vom druck ja ja vom druck ja ja vom druck die masse ist eine andere 10,5 ja hier ist eine ganz andere masse dahinter was meinst du mit masse die kilomoles die sind ja entscheidend nicht der druck der druck ist peng kannst ja auch so ein großes volumen haben dass du ein mpa nur hast kannst du trotzdem eine million kilo mole drin haben wenn du das volumen hast ja ja ok aber lass mal eben überschlagen das sind ja hier alles pille palle zahlen also wir haben 25 kilomol ja stop auf dem auf dem rohr ja ja da zählt ja der tank ja nicht mit rein nö aber wir genau und deswegen weil er nicht rein zählt zählt er hier bei uns auch nicht rein 25 kilomol gegen 8 8 16 24 ist das 3 zu 1 das verhältnis ja stop hier hinten im gastank misch sind nochmal 76 kilomol ja ok die tanks zählen ja nicht da rein in die rechnung aber gut ja ja der ist dran stimmt ja ja ok ja doch also die tauschen sich also das ist ja das ist halt ein anderes netz in Anführungsstrichen aber es hängt mit dran ist ja hier auch der Gastank weicht ja auch temperaturtechnisch minimal ab von der Rohrleitung ja 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 wir können ja auch den schiefen Turm von Pisa bauen vielmehr den geraden Turm von Kali dann machen wir da halt eben noch zwei drauf ist doch egal ich würde jetzt mal abwarten wie es ist wenn sich das Gas ausgeglichen hat ja das wird natürlich eine Weile dauern aber eben ja das wird eine Weile dauern das ist ein gutes Stichwort weil so lange werden wir heute nicht mehr warten also wir haben es mittlerweile auf 36,7 Grad runter gekühlt und das ist verdammt stark und ich bin super 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 gespannt ähm wie es laufen wird wenn wir dann demnächst dann halt den Tick Tank dann mal leer haben also ich gehe davon aus dass wenn wir nächstes mal aufnehmen dass der Tank dann halbwegs leer ist und dann werden wir halt heißes Zeug durchgehend da drauf laufen lassen und dann werden wir mal schauen wie viel Kühlleistung unser Setup jetzt hier wirklich hat und ich hoffe mal drauf dass das merklich zu sehen ist ja ja möchtest du die Frames denn um die Radiatoren stehen lassen oder soll ich die abbauen ich glaube um die Radiatoren kannst du weg das sieht in die Panne aus so ich finde nämlich auch dass das so kacke aussieht bei dem Wärmetauch schon sieht es gut aus aber bei den Radiatoren sieht es Panne aus ich finde die so freistehend macht das doch für mich viel mehr Sinn weil sie wollen ja die kalte Atmosphäre haben ich weiß dass diese offenen Frames sie natürlich genauso durchlassen aber und da die ja nicht schweben so ne zum Beispiel mir erinnern die mich so ein bisschen an das Android-Männchen weiß nicht Android-Männchen? ja dieses grüne Android-Männchen echt? ok keine Ahnung, frage ich nicht äh das einzige was mich noch ein bisschen triggert ist die rechte Rohrleitung ja die hätte ich auch gerne deswegen hatte ich ja unten die Rohre schon so gebaut naja ok ja da hatten wir nur ein Wärmetauscher stehen ja 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 aber trotzdem war das meine Institution das ist mega dann bleibt es jetzt stehen auch wenn es mir selber in Augen weh tut so nur damit er mich nicht ne ja damit ich nicht darf ja 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 so ihr Lieben das war's für heute ich hoffe es hat euch gefallen also ich fand es sehr spannend heute auf jeden Fall also es waren jetzt mal ein paar spannende Erkenntnisse nach der wilden Experimentierfolge die eigentlich nicht so viele Erkenntnisse geliefert hat ähm aber ja also ich finde Kühlung sollte jetzt mal ordentlich was bringen also wir kriegen es ja mittlerweile kalt das ist ja schon mal ein guter Anfang und ähm ja gucken wir mal beim nächsten Mal was dann tatsächlich dabei rumkommt wenn wir von wirklich heiß auf kalt kühlen und wie schnell das geht bin ich sehr gespannt drauf ja und dann geht es auf jeden Fall in den nächsten Folgen Richtung äh Gaslagerung ordentliche Filtrationen und so viel automatisieren also das das wird uns wahrscheinlich die nächsten 10 Folgen beschäftigen also da dürft ihr euch drauf freuen Nee 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 20 Nee Ich erhöhe Nein Drei Folgen für diese bescheuerte Kühlung gebraucht wo ich gedacht habe das haben wir in einer Folge erledigt Ja genau Ja ihr Lieben ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst ein Like da ne Abonnier nicht vergessen wenn ihr neu dabei seid lasst uns jede Menge Kommentare da und ja nun sehen wir uns in der nächsten Folge Machts gut und tschüssi Ciao Ciao